Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video, Juhuuu! Ich hoffe euch geht's gut, mir geht es ebenfalls gut an Aloha und ja, willkommen zu, danke, 2016 Video? Keine Ahnung, ich möchte auf jeden Fall Dankeschön sagen an 2016, auch wenn du volles großer Arschloch warst, trotzdem Dankeschön. Es sind viele Stars oder Menschen mit hoher Bedeutung von uns gegangen, klar wo man auch irgendwie sautraurig so drüber ist, aber für mich und YouTube war es eigentlich ein recht gutes Jahr, ja aus dem Grund einfach, weil das war das Jahr wo ich so eigentlich richtig mit YouTube durchgestartet habe. Ich habe Videos rausgehauen, wie es nur geht, ich habe eine coole Community dazu bekommen, ich habe coole Leute kennengelernt bei YouTube, wie Rikidiki, der ein richtig krasses, großes YouTuber-Herz hat, der Leute wirklich unterstützt. Sein Link ist mal wieder in den Kommentaren und ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der so frei reden kann, das ist extrem. Ja einfach danke dafür, ja es gibt auch echt coole Nachrichten so, ja was es in Richtung Spielen angeht und zwar ab 2017 so, okay, ich sag jetzt mal gestern, in zwei, drei Wochen wird wahrscheinlich The Park so schon aufgenommen werden, also da kommt meine Grafikkarte plus das ein neues Netzteil an und das heißt dann, das wird richtig gut. Zu der Grafikkarte, ich glaube ich sag da noch gar nichts, erst, erst wenn wir es spielen, da kann ich was darüber sagen, wenn es richtig gut laufen wird, hoffentlich natürlich, aber ich glaube schon, dass es so gut laufen wird, in den ersten, ja so ab morgen oder übermorgen, in den ersten Folgen meiner YouTube Videos geht es los mit Creepy, das hatte ich ja auch vorher so geplant gehabt, dass es wieder so coole Creepen-Folgen gibt, ich habe mir auch echt neue Sachen ausgedacht so creepy, also die wirklich astrein werden und ja, also ich freue mich auf, ich freue mich echt übelst auf 2017, hoffentlich wird es auch wieder besser und es gibt da auch noch einen, den ich wirklich, ich sag jetzt mal, pushen möchte, ist niegelnagelneu auf YouTube, hat mit dem ersten Video wirklich mich schon überzeugt, das finde ich heftig, wie gut das gemacht wurde, schaut bei Woody's Paradise nach, ist auch in der Beschreibung, wie gesagt, ist ganz neu auf YouTube, sein erstes Video ist aber dementsprechend richtig gut geworden, also das hätte ich, das, wenn man so denkt, ein YouTube, der neu anfängt, hallo, mein Name ist, äh, Flo, ich mache hier Let's Plays, wie mein erstes Video, das war ja der größte Dreck ever, und er hat sofort ein Video rausgekommen, das ist auch, äh, gerade irgendwie Horror, ist mega gut geworden, mega nice, also, richtig jetzt müsst ihr euch angucken, das ist echt cool, das habe ich, wie gesagt, eine Beschreibung verlinkt, und ja, es gibt nicht mehr zu sagen, außer, wie gesagt, Dankeschön an alle, die, äh, einfach Dankeschön, so Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abendtag, keine Ahnung, wann ins Video schaut, einen guten Rutsch ins Jahr 2017, macht was draus, und, ähm, ja, knallt, die Böller, ciao Leute.